Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen erklären, was unter Hebelgesetz zu verstehen ist. Außerdem werden wir einige Aufgaben mit Lösungen zur Veranschaulichung durchgehen. Das Hebelgesetz besagt, dass ein Hebel im Gleichgewicht ist, wenn das linksdrehende Moment gleich dem rechtsdrehenden Moment ist. Die Formelschreibweise zum Hebelgesetz lautet F1 mal A1 gleich F2 mal A2. Das hört sich zunächst kompliziert an, ist es aber nicht. Mit dem Buchstaben A wird die Länge des Hebelarms bezeichnet, von dessen Ende aus die Kraft F nach unten, der Schwerkraft gemäß wirkt. Der Hebelarm beginnt am Drehpunkt und hat eine spezifische Lage, die in der Praxis mit dem bewegenden Gegenstand zusammenhängt. Das physikalische Moment, von dem die Rede im Hebel gesetzt ist, entsteht, wenn die aufgewandte Kraft F mit der Länge des Hebelarms A multipliziert wird. In der Regel wird dieses Moment mit dem Buchstaben M bezeichnet. Man könnte also die Formel des Hebelgesetzes auch schreiben als M1 gleich M2. Beim Hebel unterscheidet man noch einmal zwischen einseitigen und zweiseitigen Hebeln. Der Unterschied besteht darin, dass die Kräfte bei einem einseitigen Hebel nur von einer Seite, bei einem zweiseitigen Hebel hingegen von zwei Seiten auf den Drehpunkt wirken. Nun wollen wir ein Beispiel anschauen. Die Aufgabenstellung lautet, welche Kraft übt ein 13 cm langer Flaschenöffner in 3 cm Abstand vom Drehpunkt auf den Kronkorken aus, wenn der Flaschenöffner mit 120 Hüten bewegt wird. Nun müssen wir die Formel des Hebelgesetzes nach F1 bzw. F2 umformen. Die lautet dann F1 gleich F2 mal A2 geteilt durch A1. Da F1 gesucht ist, setzen wir die bekannten Größen in die Formel ein und erhalten als Lösung 120 mal 13 geteilt durch 3 gleich 520 Newton. Das bedeutet, dass der Flaschenöffner übt eine Kraft von 520 Newton auf den Kronkorken aus. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!